Um euch anzumelden, müsst ihr diesen Link im Browser eingeben, awg-münchen-wikohle.de. Der ist unten bei der Videobeschreibung dabei. Und ihr gebt als Anmeldenamen eure AWG-E-Mail-Adresse ein, also max-muster-at-awg-musin-münchen.de. Die ist auch unten nochmal bei der Videobeschreibung dabei, dieses awg-münchen-musin.de. Ihr habt entweder Vorname, Nachname oder m.muster oder ma.muster. Das ist der Name, den ihr in der Schule auch hier eingebt. Also wenn ihr hier m.muster eingebt, der Name, zusammen mit diesem Anhang awg-münchen.de, das ist eure Schul-E-Mail-Adresse. Gut, also das gebt ihr hier ein und ihr habt natürlich noch kein, zurück, 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 zurück. Ihr habt natürlich kein Passwort, das heißt, ihr klickt hier auf Passwort vergessen. Ja, und dann weiter. Und dann auf Passwort zurücksetzen. Und jetzt wird ein Passwort auf diese Schul-Mail-Adresse geschickt. Dazu gebt ihr in dem Browser die htd-web-mail-musin.de. Die ist auch wieder unten bei der Beschreibung dabei. Gebt ihr ein. Um euch anzumelden, jetzt den Benutzernamen. M.muster. Also das ist wieder der Name, den m.muster, das, was ihr in der Schule eingibt, Intranet-Passwort. Und das Passwort, das ihr in der Schule eingibt, das müsst ihr auch hier bei dem Web-Mailer eingeben. Und dann natürlich auf Anmelden und dann seid ihr im Horde-Mail und bekommt, das kann manchmal ein bisschen dauern, ein paar Minuten, bekommt von Vicole eine E-Mail. Ja, Passwort zurücksetzen. Und dann klickt ihr auf diesen Link, Passwort zurücksetzen. Und als nächstes habt ihr die Möglichkeit, eben hier ein neues Passwort einzugeben und dann Passwort zurücksetzen. Damit habt ihr jetzt alles. Also ihr habt jetzt als Benutzername immer diese AWG-Adresse. Da kann man irgendwo auf Speichern drücken, dass sich der Browser die merkt. Ihr habt euer neues Passwort und da könnt ihr euch jetzt anmelden und könnt rein nach Vicole. Und wenn ihr dann hier seid, gibt es mehrere Möglichkeiten, das seid ihr persönlich, das sind eure Daten, da könnt ihr nach anderen Leuten schauen, Nachrichten. Das Wichtigste ist, wenn ihr in dem Bereich hier seid, habt ihr vor allem Dateien. Vicole funktioniert wie eine moderne Cloud, wie wir das von Google Drive oder Dropbox gewohnt sind. Ja, wir können jede Menge Dateien. Und das Zweite, was Vicole kann, ist hier, da klickt man auf Unterricht. Und wenn ihr da hinklickt, also jetzt sind wir hier auf meinen Unterricht, dann können wir Video-Unterricht machen. Wenn der Lehrer online ist, seht ihr das an der Stelle. Wenn der Lehrer einen Unterricht machen möchte, werdet ihr an der Stelle die Möglichkeit haben, auf OK zu drücken und dann geht der Online-Unterricht los. Alright, wir sehen uns.